Und schauen wir auf das Tale of the Tape. Beide haben natürlich bis 77 Kilo eingewogen. Wir sehen Größenunterschied. Langowski fast 10 Zentimeter größer. Zwei Jahre älter als sein Gegner. Und beide haben ungefähr gleich viele Profikämpfe. Also spannendes Matchup sowohl von den Zahlen als auch stilistisch. Den Rest erzählt einmal Marc Bergmann. The following bout is a fight in the welterweight division and our co-main event of the evening. The fighter in the blue corner is 29 years young. He stands 1.75 meters tall and weighing in at 77.5 kilogram. His record, 8 fights, 6 victories, representing Ivory MMA Hamburg from Afghanistan. Wahid Maja! And his opponent in the red corner is 31 years young. He stands 1.85 meters tall and weighing in at 76.9 kilogram. His record, 9 fights, 6 victories, representing Naksuk Jail from Poland. Tomasz Medow-Langowski! Okay, gentlemen, you know the roots. Project yourself at all times and listen to my commands. If I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. Touch the gloves, step back. Your referee Philipp Neumann. So. Jetzt ganz losgehen. Home-Hand-Event-Time. Langowski hat Nasad erstmal die Käfig-Mitte überlassen. Und ich sag mal, Langowski, das ist ein harter Hund, ganz ohne Frage. Alle, die hier heute gekämpft haben, sind harte Runde. Aber Wahid Najant, der kommt aus einem Kriegsgebiet. Mindestens mal aus einem Krisengebiet. Und ich glaube, so ein Umfeld bringt einfach andere Menschen hervor. Schau dir diesen Blick an. Diese Intensität und er trifft da zum ersten Mal gut und harte Hände landen. Wieder harte Treffer von Najant. Er versucht sich da wirklich reinzubeißen. Wieder nackt und Lagowski wackelt und geht runter. War's das schon? Najant versucht hier nachzusetzen. Denn Philipp Neumann gibt Langowski hier alle Chancen, nochmal zurückzukommen. Und er tut das auch. Findet sich zurück in diesem Kampf und sperrt Najant hier. Wer jetzt aufpassen muss, dass er sich nicht auspaucht. Ja, absolut. Mit der Pace, also das kann er auch keine 15 Minuten durchhalten. Aber Action bietet's auf jeden Fall. Was für ein Kinn hat der Langowski. Hast du gesehen, wie der gewackelt hat? Er hat ein paar richtige Dinger bekommen. Und ist jetzt zurück in diesem Kampf. Aber wieder eine harte Hammer-Fraust. Wahnsinn. Er scheint so eine Art Tunnelblick zu haben da. Der hat durch mich durchgeguckt, als ich ihm vorgestellt habe. Er hatte nur seinen Fokus auf Langowski. Und das Gefühl hatte ich gestern auch schon beim Face-Off. Auch das war sehr intense. Ja, steigt er jetzt auf den Rücken. Langowski versucht zu verteidigen. Aber es scheint so, als wäre er da unter dem Kinn. Ja, und er hatte sogar den Arm mit Becker kassiert. Und das war's. Wahid Najant. Nicht einmal zwei Minuten. Deutschland-Debüt nach Maß. Nicht einmal zwei Minuten. Du sagst es, Andreas. Und das war's, was da geklappt ist. Ja, und da steht die Halle mal kurz Kopf. Nicht wenige sind heute hingekommen, um Wahid Najant anzufeuern. Deutschland-Debüt nach Maß. Und Marc hat's gesagt, an Intensität kaum zu überbieten, was er da knapp zwei Minuten lang abgefeuert hat. Und wer Langowski kennt, der weiß, dass das alles andere als einfach zu machen ist, was hier gerade passiert ist. Hier sehen wir nochmal diese Sequenz. Roland-Gowski sich gut bewegt hat, gut nochmal verteidigt hat. Aber immer wieder hat da Najant nachgesetzt. Und hier war das Ende. Der Tab. Seht's nochmal von der anderen Seite. Ja, da sehen wir auch, wie tief der unter dem Kinn ist. Da dauert ja die Siegesfeier fast länger als der Kampf. Wahid Najant. Also großartige Leistung. Langowski. Das muss man erstmal schaffen, den so aus dem Kampf zu nehmen. Aber wir machen es erstmal offiziell. 54 Sekunden Of the very first round By way of Rear Naked Choke From the Blue Corner Wahi Najah Also Erst einmal Herzlichen Glückwunsch An Wahid Najand Der hier Sein Deutschland Debüt Sein NFC Debüt Sehr sehr erfolgreich gestaltet hat Gegen einen starken Gegner Der seinen letzten Kampf Nach 17 Sekunden durch K.O. gewonnen hat Wie fühlt er sich jetzt? Wie fühlt er sich jetzt? Wie fühlt er sich jetzt? Wollt ihr euch an? Schönen Sie auch an? Ich wünsche mir alle Fähigkeiten Wie ist es jetzt in der Tat? Es gibt ja die Afghanistischen Die hier in Europa Die hier in den letzten Jahren Ich wünsche ihnen einfach auch ein wenig Die hier in Europa Ich wünsche mir immer noch ein bisschen Einmal Ich wünsche Ihnen Ich wünsche Ihnen die Leute Die hier sehen Die hier in Europa Europa, alle, überall. Er will, dass ihr einfach zuhört, nicht laut sein, irgendwas. Einfach zuhören. Also, er meinte, ich bin in Afghanistan gewachsen, auf der Straße jeden Tag stresst, ich hab da gekämpft. Ich bin jetzt hier in Europa, ich lasse keine Ingenie, wenn wir hier in Europa kommen, dann können wir hier in Deutschland kommen. Ich bin hier in Afghanistan, ich bin hier in Afghanistan, Herr Najibullah, Herr Rahman, Herr Khalifa, Zayf, Raidun und die Leute, die in Tamerinat haben, in Deutschland, in Deutschland, in Deutschland. Ich bin hier in Deutschland, ich bin hier in Deutschland, ich bin hier in Deutschland, ich bin hier in Habiko, Murabi und Kochen, aber ich bin hier in Deutschland, 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 ich bin hier in Deutschland. Also, er begrüßt alle Trainer von sich in Afghanistan und jetzt bedankt sich von ABECO, sein Trainer, als er hier in Deutschland gekommen ist, hat hier bei ihm angefangen. Nichts, das war's. Jetzt, Hatek, wir haben jetzt, das war der Co-Main Event, wir haben jetzt gleich noch den Main Event, in dem geht es um den Titel in seiner Gewichtsklasse und er hat gerade die Bewegung Gürtel gemacht. Möchte er als nächstes gegen den Sieger heute vom Hauptkampf kämpfen? Möchte er als nächstes gegen den Sieger heute vom Hauptkampf kämpfen, er hat von anderen Veranstaltungen auch Titel, zwei Titel gehabt und jetzt will hier von NFC einen Titel haben und davor kämpfen. Herzlichen Glückwunsch zu einem sehr, sehr beeindruckenden Debüt hier bei NFC, hier in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch, Wahid Najan. Großen Applaus für Wahid Najan.